Herzlich Willkommen zu der Reaktion 9 und auf einmal heute spielen wir wieder Minecraft City Wir waren letztens hier ganz vergessen schon eine Weile her bis ich das letzte Mal gespielt habe gute 28 Sekunden ich versuche jetzt mehr sowas und sowas hol ich mir auch rein wir haben ja genug von dem Ding das wird auf jeden Fall glaube ich noch eine Arbeit weil da geht es weiter das ist nämlich eine Triple Schicht boom rake aber boom rake aber ja 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 da kommt sicher ein geiler Garten her mit Blumenwasserrutsche Tornados und so aber vor allem müssen wir das alles abbauen das ist so mühsam und langweilig ne langweilig ist das nicht machen wir währenddessen Bildung mit raus ja ja wir machen Fragen Antwort Video erste Frage wie viel ist ein Steak in Minecraft? antwort worksbro ja ja wir machen Fragen Antwort Video erste Frage antwort worksbro falsch falsch hm der Robus was ist denn richtig? 64 wäre richtig 64 wäre richtig ich habe es häufig gelernt pff gerne Robus gerne gerne ich habe es häufig gelernt gerne 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 bitte das sieht so bitte du Wie jeder der es kennt, PS packt immer, irgendwen erwischt es immer, heute mal wieder mich. Ich habe kurz wiederholen müssen, ach, ich habe wiederholen müssen beim Rainbow. Beim Hochladen auf jeden Fall, WS vielleicht, wir suchen Behinderungen, Hashtag sind, A-Sin, Ich habe viele Leute, ich habe viele Leute. Du willst was? Du willst was? Ich bin immer mit einem schönen Garten. Wahrscheinlich kommt nicht mal ein Garten, sondern einfach nur eine Gerade, aber das kann mir dann auch egal sein. Weil in einem Leben schaffe ich das sowieso nicht alle abzugraben, das können doch meine SCH-Kinder machen und so. SCH-Kinder, wir sind krass. Wie der Albana weiß, was ich gesungen habe. Er mögt sie, er liebt sie. Wir sind wie hier. Ja. So. ja bestimmt auch wenn ich finde ich ein fetter typ der im klo gesessen ist hat so eine idee der einmal in seinem leben umsetzen wollte das dann auch so getan als ob er gerade noch immer auf dem klo sitzen würde so vielleicht hast du das in ks kack sucht vielleicht sind sie gar nicht vielleicht sind sie eliminarisch ist ja wohl ist ja gay ist ja mega wohl wir sind besser wir kommen rein und wir feiern silvestre so dass wir mal alles abgraben dann müssen wir alles mit erde auffüllen und dann sind wir erst fertig wobei der schwierigste teil das abgraben ist logischerweise weil das ist am meisten hier so entlang ja jetzt sind wir fertig für heute hier sind wir relativ weit gekommen haben das jetzt alles hier weg gegraben hier wird es nur noch der größte teil unser haus ist da drüben und müssen wir schon aus müssen wir auch fertig bekommen da will ich mir so dinger bauen weiss habe ich schon lüge nicht ich aber es ist es ist es ist es ist ich es ist es ist schon ich brauche eigentlich... ja, brauche ich Holz brauche ich auch schon wir. Junge, Junge, Junge da unten ist der Adler Pferd ok und warum nicht mehr da sind Bäume das sind auch Bäume ich leg dir das aus in die Kiste ok ich meine, Dankeschön wo hast du? ich weiß nicht ich habe es noch nicht gesehen ich habe es noch nicht gesehen Schaf oder oder Kaka brauchst du einen Dschungel ich sollte schon, dass ich wieder zurückgehe also ich weiß nicht, dass du da in die Kiste Ja. 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 .. .. .. .. .. .. .. Was bist du? Und du? Nee, und du? dir und bevor wir anfangen das sind keine fettigen Haare, das ist Kokosöl mein eigenes Kokosöl ist mir egal hörst du corny 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 wenn ich ein corny hätte dann könnte ich mir gleich wieder mein mister corny corny hohnchen und hohnchen darauf stehst du ha ha du bleibst hier ja warte mal geht es noch ein anderes hohn ok wir brauchen holz schon wieder ja ich kann jetzt nicht dahin gehen da ist ein Huhn ja ok aber wir kommen nicht mehr rein wenn sind die schon gewachsen junge wie schnell geht es ich glaube aber nicht ich glaube das sind noch ne doch die haben wir noch alle anderen ab abgefällt ich kann mal hinten holz fällen ich weiß ich ehrlich gesagt nicht was rugs ich weiß es wirklich null nicht nagasaki er soll jetzt nicht irgendwie beleidigend oder rassistisch sein so und trotzdem auf jeden fall holz braun und weißes ist das fichter ne eiche und buche ich bin kein vegetarier also wir sehen nicht wie das funktioniert mit der eiche buche und shit minecraft ich schwöre entweder es geht nur mir so oder minecraft macht es extrem müde es ist einfach so es ist einfach so die entspannte atmosphäre oder wenn ich so spieler spiele wie battlefield oder rainbow würde ich jetzt wahrscheinlich durch die gegend laufen wie ein behinderter mit einem deutschen operator einfach mit der schrotflente versuchen irgendwie die gegner zu umlaufen von hinten zu kommen zu erschießen also jetzt um die uhrzeit normalerweise spiele ich saugern taktik und so um die uhrzeit kann ich mich einfach nicht mehr konzentrieren und dann spiele ich einfach nur noch bambo mal weiter wusstet ihr oder wusstest du das zweite das bambo 2014 top wort war schwächer ja bambo genau so 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 ein wort wie cool wumbo echt wumbo du wumbo entsie es банbo bei by bei war spiel haben die das mal gesagt auch mit dem wird dann jetzt magischen magische und gürtel in der tat ich war wo du war wo er sie es war das ist zwar jetzt von mine minecraft spongebob 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 jetzt ist es vorbei es ist jetzt achtung achtung zwei uhr achtzehn in der in der früh ich will noch dann hinzu kommt noch minecraft das heißt es ist jetzt ungefähr gefühlte sieben uhr wegen minecraft das einfach weil minecraft so richtig müde macht oder täusche ich mich da mich macht mich macht mich mich macht minecraft extrem müde ja das ist so hab ich ja gerade gesagt wenn ich wenn ich battlefield oder so spiel kein problem aber wenn ich jetzt so minecraft spiel dann bin ich auf einmal so ruhig und ruhig und ruhig wir haben jetzt auf einmal genug kreuz worauf ich hinaus wollte ich hoffe wir laufen jetzt richtig wo wirst du denn überhaupt hin mit der karte die karte ich ja wo läufst du hin hallo ich ach so hast du dir koordinaten aufgeschrieben cleverer junge cleverer junge ha ha wow wow das Huhn ist fast entkommen also rausgelaufen entkommen lasst doch das Huhn in Ruhe mein mein gut doch das war beim spawning war na w das w 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 das lange reise, ich weiß, das war zu skiddy für dich wow, hohn, ich glaub das hohn wirst du dich von mir umbringen lassen ich will das hohn nicht umbringen, tatsächlich, ich liebe dieses hohn der Futter ey, ich hab jetzt erstmal bei so Dingen mitgemacht, wie heißt denn das so, auf Minecraft, auf PC, da wo du in so einer gewissen Zeit was bauen musst das ist recht nice das Thema war, was war das Thema, das Thema war Pirat nee, Clown war das Thema, ich hab einfach einen vierkigen Blog in Russland Farbe gemacht und daneben Putin geschrieben, also so geschrieben und ich war einfach mal Zweitbester beim Thema, Clown ich denk's mir auch so das Traurige ist, die meisten die Scheiße bauen, bleiben länger drin, als die die normal bauen ich weiß schon was, ich glaub ich kann mir schon vorstellen, was du gemacht hast die dich da richtig ohne dass ich's ausspreche wirklich, einfach und einfach H verstehe nicht verstehe ich jetzt wirklich nicht ach aber ok so sind relativ weit gekommen heute ich bedanke mich für euch fürs zusehen ich beende diese folge mit meinen typischen worten also mit meinen typischen wort das von mir und nicht pro lp ist und rockstar will auch noch was sagen hab ich gehört genau von mir gibt es noch ein typisches tausend